Und das mal, wie das Finale ist. 8-4, das wird jetzt auch genug lang werden. 8-4, 2 Runden. Du darfst arbeiten. Heide, komm. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Ich sag's mal so, ich hoffe, jeder hat's gecheckt, ich hab's am Anfang schon gesagt. Das Beste kommt das Letzte. Yes, hey, yo, jetzt kann der Toida gehen. Er kommt als Ultimate mit dem zweiten Platz. Yeah, geller Scheiss, schau ich's bitter viel tighter. Nächstes Jahr werde ich auch mit dem Titel verteidigen. Beste Dank. Ey, ich sag dir, der Rap-Gesang freestyler. Ich fahr da grad, du bist a wacka Punk. Ey, yo, jetzt hat der Kype keine Chance. Titel verteidigen, kannst du nicht mit dem zweiten Platz. Ey, yo, jetzt musst du leider gehen, weil Bible-Lot rhymt für den ganzen Saal. Ey, yo, ich gräber ein Slag und die Leute sagen Zugabe. Weil heute Abend geht der MC von Zugabe. Yes, ey. Man, es ist leider vorbei. Ey, du bist wack, ich freestyle nur Feats. Yo, er schnurrt irgendetwas von Zugabe. Doch Zugschreibe im Pool statt Yeah. Also ich komm wie Buma, yeah. Ich komme zurück wie Buma, wrong. Und du kannst es sehen. Ey, schau, du bist nüt, esse. Ich bin zu tot am Rappen. Der Typ hat Energie wie eine Schlaftablette. Fucking shit, esse. Du weisst, ich bin besser. Wenn der rhymt, könnte ich am besten einpennen. Ja, und es ist klar, dass ich die Schlampe da ficken. Er ist zu tot am Rappen. Ich gehe über die Leiche. Also, schau. Ey, yo, check den Scheisch. Wenn er über die Leiche geht, dann ist er nekrophil. Ja, ey, ich bin da und ich töte dich. Ey, was? Du schnuckst höchstens drüber, esse. Ja, ja. Esser, du weisst, nun bin ich der Bessergang bei der Backstage. Deine Windeln gehen wechseln. Ey, ey, yo, Alter, von wegen, du bist ein Freund, Alter. Ich mache so, obwohl ich nicht am Kreuz hange. Ey, yo, ich bringe krasser Regisse. Ich mache so, weil die Masse mich bier. Ey, yo, tut mir leid. Ey, ich bringe die Rhymes so tight, der Typ verliert heute Abend. Trotz Heimvorteil. Esser, du weisst, bin ich die Heide, das bitte. Ey, tut mir leid, es ist eigentlich bitter. Ja, und ich frage mich, bist du wirklich am Rhymen? Was ist heute Heimvorteil, wenn die Jury entscheidet? Yeah! Also, was willst du jetzt noch reden? Die drei gehören eigentlich zu meinen drei besten Kollegen. Ja, meine Rhymes, die sind eh der Shit. Tut mir leid, sogar mehr für mich. Ja, look, ich bin da, wo ich muss nicht brüllen, weil ich mir den MC aus dem Ring rühre. Ja, und es ist klar, dass er noch mit Part schieben kann. Das machen sie nur wegen deiner Liebenart. Yeah! Also, jetzt gibst noch den Prime auf. Digga, er ist hässlich, aber trotzdem ein Smile drauf. Yeah, ein Smile drauf, weil ich kenne nix. Ey, ich burn das Mic, aber darum brenne die Leute. Yeah, ich bin da am fucking Stark, Kid, und du wirst aber geflamed wie die Galvanik. Ja, und für mich ist er zuhause ein Text schreibe. Ich burn die heute. Nein, nicht schon wieder. Ja, also Digga, mach mal keinen Anstalter, sonst hätte ich noch Probleme mit dem Veranstalter. G! Ey, du weisst, wann ich kick in den Illshit? Ey, ich komm vorbei und ich f*** dein Hirn. Yes, eh. Du weisst, ich bin jetzt gerade neu da, und ich infizier dich mit Rappen neu an. Time! Name! Erste Runde! The time! Wer geht den ersten Punkt? SCT, SCT, Vaiballo, 1-0 für SCT. Zweite Runde, 8-4, das mal SCT, Fronten. MUCH! Servus! Schauen wir mal, geben sie noch Hände an! Wo sind sie denn? G, G! G! Man, holt den Gürtel! Schau sie an, du bist stolz für ihn! Tut mir leid und du weißt, ich bringe es gerade! Er fällt runter und schlägt den Grinder. Ja und es ist klar, dass ich den Typ wirklich kille, er braucht den Gürtel, dann ist er unter der Gürtellinie. Yo, und ich bringe den Rap-Strupp, weil ehrlich gesagt, sind deine Punches nicht hart genug. Tut mir leid, du weisst, ich bringe Strupp, du hast keinen Plan, ey. Geh ins Seidhaus, geh säkeln oder geh joggen, aber der Typ ist unten, er geht shoppen. Ey, yo, schau, mich musst du für Schmeid buchen, wie möchtest du mich finden, musst du dir das eigene Ich suchen. Ey, yo, ich bringe es besser, weil ich, wo lasse ich dir einen dritten, damit ich es in die Fresse. Ey, ihr fragt, was geht 8x3? Habt ihr gemerkt, der Typ, er hat kein Taktgefühl? Yeah, aber du weisst, ich bringe es fresh, ich bin der MC, wo alle MCs da flasht. Ey, yo, Y-Bello ist ein dicker MC, ja, ich hab kein Gefühl, denn ich fick den Beat. Yo, und so muss es sein, ey, Rap ist doch nur ein Hobby für dich. Ja, du hast das Gefühl, dass deine Rhymes sehr fett sind, du fickst höchstens sich selber, wenn du mich paddlst, yeah. Wenn ich freestyle eine Stunde lang, weib L.O.M.C., das ist sein Untergang, yeah. Okay, scheiss egal, ich sag mal S.E.T., wenn ich ehrlich sei, deine Zeit ist gestern gewesen. Yeah, es ist klar, dass ich dich mit den Award kille, schlechte Vorgruppengäste bei Crop Teller. Hey, F.A., der Typ ist voll schwul, er hat recht, ich bin von gestern, yeah. Oldschool. In die USA, man, wir sind alle zu uns, der Typ ist so wack, er macht auf Moneyboy. Ich mach auf Moneyboy und drehe den Swag auf, nein, ich sag Rap zuge, ich bring den Rap zurück. Und ich bin kein Superstar, aber ich schaffe das, was du nicht kannst. Ich hab das Gefühl, dass nicht sein Rap am Start ist, ist das nicht der Typ, den ich immer sehe an den Elektro-Partys? Scheisse, du weisst, du hörst Goa an, ey, du weisst, wenn ich rhymen, ist das hardcore. Ey, yo, ey, weib L.O., lass zu, ich bring den Shit, er macht den so, als hätte er ein paar Pille gespickt. Und das ist ehrlich gesagt, das, was mir Angst macht, Digga, Goa findet im Wald statt. Tier, ey, der Typ hat das Gefühl, ich muss ausgehen, nur so kann ich so wack Rapper wieder ausstehen, yeah. Du weisst, ich bin der, der jeder hier kennt, wenn ich ihn sehe, brauche ich Medikamente, yeah. Und in Zug hat Y-Velo-Fame, du wolltest mich therapieren, löse mal deine eigenen Probleme. Yeah, es ist der Y-Below, es ist nicht Rap, oh no, ja, nein, ich verfolge dich. Das ist Freestyle, ey, Mann, ich schreibe kein Part, meine Probleme beseitige, Mann, ich bin ja auch gerade dran. Ey, du weisst, ich entschuldige mich, weil du nichts bist, über die Schulter bist. Ey, yo, ey, Y-Below, ja, ich bin kein Star, er schreibt kein Part, weil er nicht schreiben kann. Ja, ich sehe, nein, ich bin kein Part, ich bin kein Part. Ich bin kein Part, ich bin kein Part, ich bin kein Part. Ab wer geht einen zweiten Punkt? S.E.T. S.E.T. Er gewinnt die erste Rallye Street Battle Night. Merci. So, sie machen mal Lern für Weibelung. Geiler Scheiss, ja. So. An dieser Stelle noch eine kleine Anekdote. Bitte ich bitte. Heute, als wir hier vorbereitet waren, rufen wir an und sagt, hey Jesse, es läuft. Und ich so, hey, Alter, alles klar. Ist der Pokal gross? Muss ich einen grossen Rucksack mitnehmen? Riesenfresse, oder? Und ich so, so einen Pokal hättest du noch nie gesehen und er hat ihn geholt. Mach den Lern! Der ist Dirma. Ja, Mann, Jesse. Besten Dank zu GSI. Ihr seid geil abgegangen. Danke vielmals, Jesse. Und es gibt noch mehr. Für Dich das Ticket als Ultimate. Und wir haben noch ein paar Preise. Und zwar das mal recht fette. Für Dich ein Set Kopfhörer und dann gibt es noch ein paar Kopfhörer. Nein, ist eine Klasse höher. Deine Kopfhörer sind ein bisschen dicker. Nein, nicht deine. Oh, 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 oh. Ja, auspacken. Warte, sonst gibst du mir mal den? Genial. Warte.